So lange ein Typ aus dem Verkehr gezogen ist, das ist das Wichtigste. Wie ich diese Dinger wohl hinführen? Die ganze Hinweise, schauen wir mal. Black Caesar. Ich habe keine Ahnung, was die Sitte ist oder was die Sitte macht. Ach, das Sitte hat noch nie davon gehört. Okay. Okay. Hey. Das könnte alles sein. Ja, aber das Auto ist geil. Ich könnte eigentlich gleich mal gucken, was Sitte oder Sitten-Detonate noch macht. Irgendwelche Fälle mit Militär oder so, wenn es schon um Army Morphium geht. Wenn es viel kurz war. Hallo? Internet? Ich möchte gerne was nachschauen. Es wäre absolut freundlich, wenn du laden könntest. Sittenpolizei hier. Wikipedia, ganz ehrlich, diese Definition ist absolut für den Arsch. Hier. Die Abteilung Sittenpolizei befasst sich mit Delikten und Tatbeständen gegen das Sexualstrafrecht. Dazu zählen neben sexuelle Ernötigung und Vergewaltigung und Verstöße gegen Pornografie-Gesetze, Menschenhandel, Zuhälterei. Okay. Ja, das mit dem Army Morphium passt da zwar überhaupt nicht rein, aber ist ja scheißegal. Vielleicht ist das auch nur die Situation in Deutschland. Wer weiß. Ich habe mich den englischen Artikel eingeschaut. Dann schauen wir mal. Zu, äh... Ist doch schön. Ich bin immer gerne dran. Caruthers. Phelps. Ich bin re-assigned to Advice. Was haben wir? Zwei Stiffs. Overdose. Ich bin tot ein paar Tage. Government-issue Morphine? Wir benutzen die gleichen Sirettes in Okinawa. Fuckin' Negro-junkies. Ich kann nicht die Supply-This-Pure. Du kennst diese Leute? Ich kennst sie. Der Junge ist ein 2-Bit-Horn-Player, der Name von Cornell Tyree. Der andere arbeitet in Distribution. Er hat ein bisschen zu viel von seinem Produkt, und Jack D. Er war nicht so dumm. Der Name ist Lamont. Tyrone Lamont. So, wer ist die Drugs? Das ist einfach. Wer hat die Wurz in San Pedro gemacht? Jack Dragna, Mickie Cohen. Dope hat sich immer wiederum. Das war schon seit Jimmy Udly begann die lange Zeit mit Quentin. Du sagst es wie ein System. Es war ein System. Aber die Zeit sind lange lange. Wir sollten die Verpflichtung der Verpflichtung. Ja, und wir tun. Aber wir können nicht die Menschen ändern. Die Wahrheit ist, jeder will die License ein bisschen dirty, jetzt und dann. Unsere Aufgabe ist es zu halten es. Das ist wie Sie es? Sie sehen es, wenn Sie es andere, dann besser vergessen, Sie sollten Sie sich ein Vise-Cop. Das ist eine interessante Sichtweise. Na, erzähl mal. Sie waren zumindest ein Tag. Lass mich sie zurück. Eine Serede ist genug, um dich auszuprobieren. Die zwei davon werden dein Herz stoppen. Hm, ich habe nichts. Was haben wir am Arm? Was sind die Einstichstellen am, äh, an der Armbeuge? Ja, schön, dass es raufgesummt wurde. Und ich klicke auch, aber es ist scheinbar kein Hinweis. Das sieht doch eher nach einem Hinweis aus. Hallo. Cornel Eustace Tyree. Hm. Sure, man. GER Ob das wirklich der Musikgeschmack ist? Ich glaube, das wars hier. Wie wäre es eigentlich mal wieder? Das wird auch mal wieder Zeit Ah, Intuition ist Punkt Übrigens Wir werden da links schaut Abteilung Also wir waren bei Verkehr, wir waren bei Mord Das ist immer Sitte Und wir kommen noch zum Brandabteilung Scheinbar Ja, das wussten wir ja schon Ah, okay Da ist wahrscheinlich mal was dran Alles klar Lieferung Was haben wir hier? Die Kirschen und Glocken sind auch bei diesem Spielautomaten immer Das wäre mir jetzt spontan eingefahren Auf den Boden schauen, wieder was Soll ich da genauer drauf schauen Ist eigentlich dieses Musikstück da? Ich glaube nicht, dass es wichtig ist, aber Das ist eine gute Frage Jetzt haben wir noch Noch was, bitte? Warum geht der direkt aus dem Menü raus? Was? Bye Da ist schon wieder Hier können wir immer noch was schauen Jetzt geht's auf einmal wieder Was war denn das gerade? Warum bin ich immer automatisch aus dem Menü raus? Ja, also unerwartet, dass er seinen Führerschein hat Tyrone Lamont Das ist ein junger Mann 746 Samstag Nacht Vielleicht ist bei irgendeinem noch was unten dran Wieder nicht Hier war ja auch noch was Von diesem Becher jetzt mal abgesehen Was ich persönlich nicht verstehe Ist, wie kann man dieses schöne Popcorn von da drin wegwerfen? Hallo? Geht nicht Injektionsspritze Morphium-Tatrat Das hier ist noch eine ungebrauchte Tube Wohl wahr Dann der letzte Naja, was Hier auf dem Boden ist, wissen wir schon Ach, hier ist noch was Hallo Kann süchtig machen Dann schauen wir uns doch gerne mal an Darf ich den noch beim Branddezernat dann machen? Er lässt mich nicht los Ähm Ja, ich hätte auch einfach über die Straße gehen können Aber wir lassen uns hinfahren Ich meine, warum nicht, ne? Kann man machen Ganz ehrlich, dich, äh, hab ich mir gefressen Sieh, wie das ganze Popcorn am Boden verstreut Aber über die Straße Das war ziemlich direkt, aber gut Na dann wollen wir ihm doch mal folgen, ne? Es wäre auch schlauer gewesen Er ist so ein bisschen Ruhig ranzugehen Einer bewacht im Hinterausgang Ich warte mal kurz, dass er mir nicht die Das Gesicht wieder eintritt Ein noch im Hinterausgang und dann Bis er merkt, was los ist Kann er schon nirgends mehr hinfliehen Aber nein Das, was wir hier machen Das ist ja viel mehr Action Danke, Roy Das ist so ein Scheißkind Kann ich ihn da Wenn ich einfach abklagen Oder niederrempeln Was auch immer Es ging mit Mit Maustaste, ne? Also mit Nicky Maustaste drücken Woops Zack So machen wir das Oh yeah Ich weiß nicht mehr, wie er finisht, aber ich drück mal E und R die ganze Zeit Irgendwas davon ist bestimmt Ja, irgendwas davon war der Finishing Move Die ganzen Burger verbrennen jetzt Nein Nur weil der schwarze ist, ich finde es rassistisch Andereseits, es waren die 50er, das darf man schon irgendwo sagen, ne? Da sind die Popcornbecher drin Aha Na, haben wir es noch War doch unser Morphium Tatrat Morphium Hm Noch mehr Lottoscheine Hast du damit schon wieder auf sichert? Ja Ich wollte das eigentlich anschauen Schon wieder so ein Jazz Club Ding Jermaine Jones Ja, ich kann ja auch was über Jermaine Jones sagen Hat man bei Schalke gespielt, glaube ich Wollen wir jetzt zurückfahren, oder was? Was ist meine Aufgabe? Fleetwood morgen befragen Ja, das mache ich gerne Jetzt geht's auf einmal Das ist doch mal was Ob war eine Morphium Überdose Willst du mich verarschen? Wie dreist, ne? Es ist Wie kann man das nicht finden Er hat nicht versucht, es zu verstecken Er hat nicht versucht, es zu verarschen, 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 Fleetwood. Jetzt, ich will die Wahrheit. Wer verarschen die Drugs? Kat, bei dem Namen Armstrong Edwards Er bringt uns die Sachen rund um einmal pro Tag. Ich weiß Armstrong, er ist ein 2-bounds, nur klein-time. Wer arbeitet für Fleetwood? Jermaine Jones Das war doch. Wir haben dich für die Hopp und den Arresten. Erzähl uns über die Zahlen, wenn du willst, und den Arresten. Die Zahlen sind der Schöne für die Schöne. Was willst du noch wissen? Wir haben eine Verarschen? Wir gehen da jetzt und dich ausfüllen, Fleetwood. Erzähl jemandem, dass du sie überraschst und sie aufgeworfen hast. Nein, 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 ich bin kooperativ, okay? Jetzt musst du mir helfen. Fleetwood, ich spreche persönlich zu dem Jurgen auf deinem Behandel. Ein Name, Fleetwood. Er ist ein wirklich klicker Mann. 12 von 2. Wanna roll? Hallo? Das war doch easy. Rang 13. Geil. Also zum Lotteriegeschäft? Wenn ihr zum Lotteriegeschäft wart, hole ich mir, ähm, Milchreis. Mit Vanille. Einfach, weil ich es kann. Bitch. ganz ehrlich, wer... Wer so rasiert, hat sich eine Ladung Milchreis ja wohl mehr als verdient. Auch wenn der Deckel will. Mich verarschen will. So, Lotterie. Hallo? Ich hab nicht meinen Deckel aufbekommen und schon muss ich... Hä? Fuck. So, ja. Ich hab einen offenen Becher mit Milchreis vor mir stehen und ich kann ihn nicht essen. Weil ich hier fucking arbeiten muss. Ja, das ist mir ganz recht. Gut. Putting you through now. Phelps Badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Jermaine Jones Musical Booking Agency. Just a moment, Detective. Jermaine Jones. The office is listed as 5528 Santa Monica Boulevard. Thank you. Na gut. Was ist hier? Nichts, was da interessant ist. Nope. Wie war das? Kirsche? Das ist... Dreimal Kirsche ist zwar nett, aber das wollte ich nicht. Nein. Glocke win! Mein Freund, du hast einiges zu erklären. Einiges zu erklären. Was ist das hier? Rames Removals. Ah, okay. Ich denke, Rames' Platz ist unser nächstes Stopp. Wohl wahr. Oh, das ist ziemlich ein Wunsch für einen Dive, Merlin. Du besser starten zu sprechen. Geht nach ihnen! Im Rennen können diese... ...Nigger hier immer ziemlich schnell. Vorhin waren die 50er. Rassismus war noch... ...warte. War noch Tagesordnung. Ich tue hier nichts Illegales. Wohps! 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 Bis zum nächsten Mal.